Ja, dann würde ich sagen, gehen wir den guten Grace mal, äh, den guten Gabriel mal holen. Mit der guten Grace, genau. Das kürze ich jetzt mal ab. Entschuldigung, Frau Nadimura. Ja? Es ist Zeit, die Türen zu öffnen. Jetzt schon? Wir sind noch nicht so weit. Die Vorstellung beginnt in 15 Minuten. Die Zuschauer haben seit mehr als einer Stunde draußen gewartet. In Ordnung. Geben Sie mir noch fünf Minuten, ja? Na gut. In fünf Minuten öffnen wir die Türen. Ja, arbeiten unter Stress. Schnell den guten Gabriel runterbringen. Gabriel? Wir müssen dich jetzt verlegen. Entschuldigung. Ist es Zeit für den Test? Nein, wir haben keine Zeit. Ich habe im Keller einen sicheren Platz für dich gefunden. Dort wirst du sicher sein. Aber der Test? Es ist jetzt zu spät, etwas zu ändern, selbst wenn wir es testen könnten. Na los. Aber der Test? Kann man absperren? Stopf dir die Ohren zu und du wirst wahrscheinlich gar nichts spüren. Ich wünschte, wir hätten es getestet. Wir haben keinen zweiten Versuch, Gracie. Entspann dich. Bis nachher. Gabriel? Was? Ich muss dir was sagen. Ich habe Mist gebaut. Wovon redest du, Gracie? Der Handwerker musste die Maße verändern. Es ist das Theater. Es ist nicht dasselbe Wittelsbacher Theater. Es wurde wieder aufgebaut. Und es ist kleiner. Ich weiß nicht, ob... ob die Kristalle funktionieren. Ich kann einfach nicht glauben, dass du das gemacht hast. Verdammt nochmal, Gracie! Das hast du mit Absicht getan, oder? Gabriel! Öffne die Tür! Öffne die verdammte Tür! Nein! Du wirst die Tür jetzt öffnen. Wenn du noch nicht einmal ein einfaches, verdammtes Diagramm kapierst, muss ich es selbst machen. Selbst! Selbst! Hast du das kapiert? Mach auf! Tut mir leid. Ich werde mein Bestes tun. Gracie! Gracie! Was für ein Wutausbruch! Und oben strömen die Gäste schon rein. Die Ereignisse überschlagen sich. Overtüre! 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 Und hat alles Schlechte nach außen gekehrt. Und alle Ängste von Grace geschürt mit, er will es selber machen. Das ist ja genau das, was sich wie ein roter Faden durch die Beziehung der beiden bisher gezogen hat. Ähm, so, aber wir müssen jetzt unbedingt noch mit Leber sprechen. Ich kann doch in den Klamotten nicht durch das ganze Theater laufen. Okay. Die Zuschauer sitzen doch. Ja, ist ja gut. Dann gehe ich erstmal umziehen. Das Kleid war hier. Aber bitte schnell. Nicht noch auftakeln oder so. Die Overtüre läuft schon. Eine Overtüre dauert selten länger als fünf, sechs, sieben Minuten. Na nun? Herein! Ach, der kommt nach ihr, der Leber. Das ist praktisch. Kommissar Leber, zu Ihren Diensten. Ich bin einer der Produzenten hier, Herr Leber. Vielen Dank für Ihre Hilfe heute Abend. Sie sind mit einem zweiten Mann gekommen und Sie sind bewaffnet, richtig? So wie es auf der Einladung stand. Warum fragen Sie mich? Die Bereitschaftspolizei ist doch sonst für Sie Sicherheit da. Einer der Produzenten ist ein Anhänger von Ihnen. Wir brauchten noch Sicherheitskräfte und er wollte, dass Sie gute Plätze für die Aufführung bekommen. Es sind sehr gute Plätze, sehr generös. Aber gibt es besondere Probleme, die Sie heute Abend erwarten? Glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, dass wahrscheinlich gar nichts passiert. Ich hoffe, Sie haben recht. Ich würde nach der Aufführung gerne diesen Anhänger sehen. Ich hoffe, dass das möglich sein wird, Herr Kommissar. Nochmals danke. Ein Verlögen. Na, wir haben auf jeden Fall gecheckt, dass er eine Waffe dabei hat. So, dann ist die Frage. Sind die jetzt schon in der Loge drin? Dann könnte ich die verschließen. Wobei, wir müssen ja sicher gehen, dass von Glover auch da ist. Die Griffe sehen robust aus. Ja, ich habe ja schon eine Idee mit dem Seil. Aber wenn von Glover noch nicht da ist, bringt das nichts. Kannst wahrscheinlich hier schauen, ob er da ist, oder? Er macht noch nicht das Licht an. Das macht noch keinen Sinn. Ähm, da mit, oder? Ah, sehr schön. Habe ich doch mir richtig gedacht. Da sitzt er. Mit Netta. Die das richtig sehe. Ah, das ist also von Glover. Er hat wohl von der Falle noch nichts bemerkt. Jetzt muss ich noch dafür sorgen, dass er nicht entkommt. Das kriegen wir hin. Na nu, was ist los? Erster Akt. Dann verschließen wir jetzt die Tür. Das ist leider ziemlich auffällig. Das ist richtig. Es ist übrigens auch schade, dass die Musik hier sich überlagert. Ähm, aber da werden wir wohl mit leben müssen. Wir hatten doch das Privatschild. Ne, das müsste doch reichen, um das ein bisschen zu kaschieren. Jetzt hängt es von Wagner ab. So sieht's wohl aus. Zweitakt. Tja, der gute Greybill muss jetzt irgendwie wahrscheinlich aus dem Keller raus. Also zumindest möchte er das. Ich weiß nicht, ob er es sollte. Aber wir verkörpern ihn nun mal und... ...und folgen mal seinem Gusto. Aber wie kommt er aus dem Raum heraus? Das ist die Frage. Schauen wir uns weiter um. Oha! Dann kann man da durch. Da fehlt der Schraubenzieher, ne? Das wird das Hauptproblem sein. Offensichtlich, ja. Offensichtlich. Werkzeug hast du natürlich nicht dabei. Und, ähm... Haben wir... Ja, mit dem Messer vielleicht. Mit dem Schattenjäger-Dolch. Da hast du den auch mal in dem Spiel einmal benutzt. Ich glaube bisher. Nicht einmal. Wenn ich das richtig im Kopf hab. Jetzt zweckentfremdest du den Dolch natürlich. Oh wei. Oh, die sind keine Katschen drin. Aber... Ist das nicht gefährlich, dich da so in die Hose zu stecken? Alter Verwalter. Ja, okay. Aber er kommt jetzt raus. Aus dem... Aus dem Keller wahrscheinlich. Das scheint vor dem Theater zu sein. Ja, offensichtlich. Hier kann ich überhaupt nichts machen. Ja, auf jeden Fall. und schon sind wir im keller okay gehen wir mal nach hinten lang da kommen wir doch hinter die bühne wobei was ich jetzt mal als erstes mache ich speichere mal wir sind immerhin jetzt im finale nicht dass uns was passiert gehen wir auch noch mal sicher so jetzt gehen wir hinter die bühne hoffentlich laufen wir nicht irgendwelchen sängern in die in die quere sollen wir nach vorne oder was ist hier das seil ist ja weg aber hier ist noch was klebeband könnte noch nützlich werden ja dann dann nimm es mal mit die ja wie hoppla die ja wie nur diesmal ist irgendwas einem schauspieler auf der bühne auf kopf gefallen sollten wir nach da vorne ich kann nicht in die haupt alle gehen dann können wir ja nur dahin gehen das ist die umkleide mit spiegel was ist jetzt ist diese guckst du dich im spiegel an dass sie es gut ausgeben sie ist gut aus sie ist aber nicht so aus als könntest du bei einer aufführung mitmachen was war denn jetzt hat er sich tatsächlich vor seinem eigenen spiegelbild erschreckt da lag noch was was ist das ich verstehe okay du willst dich verkleiden du willst mitspielen ja das macht sinn wenn er auf der bühne ist kann er reagieren ja dann such dir mal ein kostüm aus engelhardt's mindesinger kostet okay ja dann ziehe ich mal um ne achso und jetzt hallo hallo ziehen sie sich um hast du dich umgezogen nein er zieht sich nicht um was ist denn hier los ähm 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 was ist los was ist los was ist hier los ähm normalerweise sollte er sich jetzt um äh ziehen ähm ähm achso wahrscheinlich einfach auf ihn draufklicken ne oh es kann so einfach sein ich wollte das hinter hinter der umkleide anziehen dabei macht er das automatisch da fiel mir gerade ein dass man ja auch die spielfiguren anklicken kann die dann sowas sagen wie das bin ich gabriel knight genau so jetzt äh schminken oder ähm nicht ach das hatten wir ja gar nicht eingesteckt das war ja hier vorne was ist jetzt los Mist der akt ist vorbei das heißt die leute werden gleich hier rein strömen was machen wir jetzt was machen wir jetzt ähm wir pudern mal den spiegel ein das ist so eine spontane idee damit wir da wieder rausschleichen können weil sonst werden wir natürlich jederzeit im spiegel zu sehen sein das sorgt dann dafür dass der spiegel etwas stumpf ist und wir hoffentlich rausschleichen können so jetzt verstecken wir uns hier da kommt tatsächlich einer rein ich dachte es mir eine kurze frage warum nimmt er nicht einfach den spiegel daneben naja gut ich sollte nicht in die äh details gehen so das ist der engelhard der engelhard dessen kostüm wir anhaben das heißt wir müssen den irgendwie aus dem verkehr ziehen hm hm och warum nicht hm 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 sorry alter du bist einfach ein engelhard zu viel و der ritter akt und ich kündige schon mal an jetzt kommt ein ganz großes highlight Die Nacht ist der Meister der fünsteren Grüne. Halt bis ins Nacht die Farbe der Söhne. An das Leuchten der Sonne, du reichst nicht heran. Denn wo du gehst, der Tag nicht richtet an. Das Reich des Todes, das ist die Nacht. Und auf uns zu erinnern hat Gott dich erwacht. Dass ich dich ausweige, die Nacht lebt. So gib mir Mut, was zu warten ich vermacht. O Gott, mein schöner Freund. Mut, meine Braut, singt den Mut an. Der Mut kann euch nie nicht trömen. Nur eure Gatte kann euch alles geben, was ihr braucht. Und eure Geste brauche, denn das Strahlen-Ein-Geslations mehr als ihr den Mut. Colt! Colt! Wo ist die Musik? Wo ist die Unterhaltung? Bringt die Sänger! Die Minnesänger! Und einen davon kennen wir. Ich will gar nicht rein... Ja, gar nicht reinreden, aber... Ich bin ruhig... Ich bin ruhig! Ich bin ruhig! Es ist eine Freude Der Dumme, ich habe ihn nie zuvor gesehen Mehr zu ihrem Vorteil, not niemals lachte ich mehr Du schaust er, kann das aber nicht so fröhlich Ihr habt kein Imsen für Humor, wenn ihr so denkt Du schaust er, kann das nicht so fröhlich Du schaust er, kann das nicht so fröhlich Du schaust er, kann das nicht so fröhlich Ihr seid doch kein Mastkalb Spielt nicht in Merkel, lacht, lacht Es ist eine Freude Nicht zu verstehen, ich vermag Es ist doch mein Vorzeitstag Der Jäger, der Jäger Er begleicht sein Oppen Es ist nur ein Scherz, Baron Ich hoffe, sie fangen den Dummen Euer Biss ist so stumpf wie euer Schwerter Schmied Der Jäger, der Jäger Der geschleicht sein Oppen Der Jäger Die Kristalle scheinen zu wirken Von Glover fühlt sich unwohl Gabriel scheinbar auch Denn so guter Schauspieler wird er nicht sein Der Jäger, der Jäger ist so guter Und so guter Schauspieler wird er nicht sein Der Jäger ist so guter Und so guter Der Jäger ist so guter Schauspieler wird er nicht sein Der Jäger ist so guter Schauspieler wird er nicht sein Der Jäger ist so guter Schauspieler wird er nicht sein Der Jäger ist so guter Schauspieler wird er nicht sein Der Jäger ist so guter Schauspieler wird er nicht sein Der Jäger ist so guter Schauspieler wird er nicht sein Der Jäger ist so guter Schauspieler wird er nicht sein Der Jäger ist so guter Schauspieler wird er nicht sein Der Jäger ist so guter Schauspieler wird er nicht sein Und jetzt steuern wir den guten Gabriel Als. Wehrwolf. In der Ego-Perspektive. Ich speichere noch mal kurz. Finale 2. Wir haben hier rechts unten die Möglichkeit zu riechen. Und dann nehmen wir hier Witterung auf. Das sind wir. Das ist von Glover. So. Das heißt, vielleicht können wir ihn jagen. Schauen wir mal kurz. Ich rieche noch mal. Wo ist er hin? Da ist er. Das heißt, wenn wir hier nach rechts gehen, dann... Oh nein. Da ging es nach draußen. Von Glover ist abgehauen. Und das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Oh je. Okay. Ähm. Nochmal. Wir müssen also als erstes mal das hier abriegeln. Das können wir, glaube ich, am einfachsten machen, indem wir hier die drei Türen schließen. Wir müssen aufpassen. Das können wir nur von der Seite, wo die Stopper sind. Ganz schön gemein. Nächste Tür. Ich hoffe, wir sind rechtzeitig. So. Schauen wir uns nochmal die Karte an. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Die Frage ist, wo müssen wir ihn hintreiben? Also hier ist er reingekommen. Da wird er nicht mehr hoch. Das heißt, die einzige Möglichkeit wäre, glaube ich, hier dieser Heizungsraum. Ähm. Wie kriegen wir ihn zum Heizungsraum? Er wird immer hier, wenn wir jetzt hier erstmal die Türen zu... Ja, das könnte eine Idee sein. Wir müssen ihn, wir müssen so eine Art Treibjagd veranstalten. Denke ich mal. So. Ich gucke nochmal auf die Karte. Wenn wir die Tür und die Tür zumachen. Und die Tür zumachen. Dann können wir ihn doch so... Das könnte gehen. Das könnte gehen. Erstmal die Tür zu. Dann die Tür zu. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich mich nicht vertue. Schauen wir nochmal auf die Karte. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Er hat immer noch ein... Achso, Moment. Doch. Doch. Wir gehen in den mittleren Raum. Und machen hier alle Türen zu, außer die... Die, äh... Untere. So. Jetzt müssten wir so einen Schlauch gebaut haben. Jetzt kann er nur... in den Heizungskeller. Jetzt kann er nur in den Heizungskeller. Wir treiben ihn quasi vor uns her. Also entweder kämpft er, oder er läuft in den Heizungskeller. Er ist ja schon im Heizungskeller. Da kommen wir jetzt dazu. Es ist wie immer, Leber macht, was er will. Wie kriegen wir ihn jetzt dazu, den richtigen zu erschießen? Wir sind noch im Körper von Gabriel. Wir bräuchten mal Grace. Ich guck die mal an. Und du machst bitte... ...den Ofen auf. Und jetzt ist es wieder an Gabriel. Von Glover in den Ofen zu stupsen. Wie in den guten alten Märchen. Jetzt ist was Timing gefragt. Warten wir mal ab. Klick. Hat es geklappt? Nein, es hat nicht geklappt. Kein Happy End für Gabriel. Es war so klar, dass Leber immer den falschen Wolf erschießen wird. Es war so klar. Okay, wir probieren es einfach nochmal. Also, gute Grace. Ich kürze das jetzt natürlich ab. Mach den Ofen auf. Und jetzt bist du wieder soweit. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich muss ich klicken, wenn er hier ist. Das ist immer so eine Sache. Komm, spring schon. Na? Jetzt. Nee, das war schon wieder daneben. Timing ist alles. Das ist das Problem. Nochmal. Vielleicht müssen wir früher springen. Das kann natürlich auch sein. Spring ich schon mal hier schon mal an ihn ran. So, sobald er hier passiert. Also jetzt schon. Ja. Nein, nicht schießen. Nicht auf ihn. Nicht auf ihn. Nein, nicht auf ihn. Nein, nicht auf ihn. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich gehe bald zurück auf die Uni. Es ist alles arrangiert. Tu das nicht. Du wolltest mich ja nicht für diesen Fall. Es kam alles so schnell. Ach, hör doch auf. Gut, ich wollte, dass du in Sicherheit bist. Zeig mich doch an. Es wird nicht mehr passieren. Wirklich nicht. Wie war von Glover wirklich? Ich mochte ihn. Hast du dir nie gewünscht, deinen Instinkten zu folgen? Für den Moment zu leben? Ja. So war von Glover. Von Glover? War Teil dieser Leichen. Ludwigs Selbstmord. Alles hat seinen Preis. Weißt du das noch immer nicht? Ich habe entschieden, Gracie. Du hast entschieden? Weißt du warum? Ich glaube, dass wenn ich ganz ehrlich darüber nachdenke, dann will ich nicht so sein. Ich will so nicht sein, Gracie. Die Tests gehen weiter, weißt du? Es wird mit der Zeit leichter. Glaubst du nicht, Gracie? Glaubst du nicht? Ja. Und das war... The Beast Within, Gabriel Knight 2. Was für ein großartiger Showdown. Also, ich habe es ja jetzt länger nicht gespielt, aber nach wie vor finde ich diesen Showdown ganz fantastisch. Mit der Oper, also das ist ein super Stilmittel mit den drei Akten in der Oper. Und allem, was sich danach stark verengt mit Gracie und Gabriel abspielt. Auf jeden Fall hat der gute Gabriel jetzt den Fluch gebrochen. Ist also kein Wehrwolf mehr. Und von Glover hat das Zeitliche gesegnet. Mit den Werkzeugen, die Wagner und König Ludwig II. von Bayern dafür auch vorgesehen haben. Nämlich der Wagner-Oper. Ja, damit geht ein Spiel zu Ende, was in meinen Augen super recherchiert ist. Also, sehr viel historisches Material mit verwoben. Natürlich nicht unbedingt alles akkurat. Wir erinnern uns an den Wolf in der Sängerhalle in Schloss Neuschwanstein. Aber das gehört halt auch dazu. Wenn wir an Dan Brown denken, der das ja auch immer sehr gerne macht, da gibt es auch die ein oder anderen Sachen, die mit rein gesponnen werden. Ja, mir hat dieses Projekt besonders viel Spaß gemacht, weil ich seit Jahren das Spiel nochmal spielen konnte. Da habe ich mich drauf gefreut und ich habe mir halt auch gedacht, warum soll ich es alleine spielen? Deswegen haben wir es dann halt gemeinsam gespielt. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß mit diesem kleinen Projekt. Ich gebe mir immer die größte Mühe. Ich weiß, ich bin jetzt nicht der Vollprofi. Aber Hauptsache, es macht Spaß, sage ich mal. Und wenn es euch nicht Spaß gemacht hätte, dann wärt ihr jetzt gar nicht mehr da, weil dann hättet ihr die Playlist nicht bis zum Ende geguckt. Oder ihr wollt euch nur spoilern lassen und habt das Ende geschaut. Und das kann natürlich auch sein, dann ist das halt so. Ja, wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne meinen Kanal. Klickt auch auf die Glocke. Keine Bange, ihr werdet nicht zugespampt. Dieser Kanal ist nicht sehr aktiv. Jeder, der mich schon länger abonniert hat, weiß das. Ich mache nicht wirklich regelmäßig Let's Plays. So ein, zwei, drei Projekte im Jahr. Soll es aber auch in Zukunft geben. Mal schauen, was ich als nächstes mache. Wenn ihr eine Idee habt oder Vorschläge habt, könnt ihr das in die Comments schreiben. Es bietet sich natürlich der dritte Gabriel Knight Teil an. Aber da habe ich noch so technische Bauchschmerzen. Weil der ist echt doof, auf aktuellen Rechner zum Laufen zu bringen. Gok, also Good Old Games hat den zwar auch. Aber ich muss mal gucken, wie gut das funktioniert. Und vor allen Dingen, ob das dann auf Deutsch ist. Weil auf Englisch möchte ich nicht spielen. Ich will das nicht verstehen. Aber wenn ich auf Deutsch rede und das Spiel ist auf Englisch, das ist irgendwie, da ist zu viel Bruch drin. Das mag ich nicht so. Ja. Was bleibt mir? Ich wünsche euch alles erdenklich Gute in der Welt. Ich habe das schon mal in einer anderen Folge gesagt. Zur Zeit tobt die Corona-Krise da draußen. Deswegen wünsche ich euch vor allen Dingen auch Gesundheit. Ich hoffe, dass ihr das jetzt schaut. Zu einem späteren Zeitpunkt, wo Corona nur noch in der Vergangenheit angehört. Und die Krise überstanden ist. Wenn ja, wisst ihr jetzt schon mehr darüber als ich. Zum jetzigen Zeitpunkt. Wir haben Anfang April 2020. Da sind wir noch mitten in der Kontaktsperre, wie es in Deutschland heißt. Aber das Spiel hat mich auch durch diese schwere Zeit ein bisschen begleitet. Das spielt sicherlich dann auch eine Rolle. Okay. Ja. Nochmals alles Gute. Bleibt gesund. Gott zum Gruße. Und bis zum nächsten Projekt. Bis dann. Bis dann. Untertitelung. BR 2018 Falls ihr noch da seid, es ist irgendwie doch traurig, dass dieses Musikstück für den Abspann gewählt wurde. Soundtrack ist ja auch super und vor allen Dingen für das Spiel wurde eine Oper geschrieben. Also der Robert Holmes hat tatsächlich Teil an dieser Oper geschrieben. Mit deutschem Text. Als Amerikaner. Super. Das hätte ich jetzt laufen lassen. Nur so nebenbei. Falls ihr noch da seid. Bis dann. 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 Bis dann.